Moin Leute, Rofli und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Alarm für KobaF, das Syndikat. Heute mal nicht Räuber und Gendarm, sondern heute mal Sumo. Ganz klasse, wie in GTA. Kaputt. Er ist gestorben. Ah, mich muss immer berühren. Was für eine schöne Runde. Es gibt Sekunden noch. Unheimlich exenreich. Kaputt. Alle gestorben. Okay, ich würde sagen, es geht los. Wir haben hier die Sportwagenkategorie genommen, weil die abgeht. Flur hat schon zwei Kills. Warum auch immer. Whatever. Nein, nein, tschüss. Aua, nicht gesessen. Ich kann nicht fahren. Ach ja, ihr müsst den Warmlingker übrigens anmachen. Aua, gehen die weit gefahren? Leute, ihr müsst den Warmlingker anmachen. Hab ich an. Hab ich nicht an. Hab ich an. Gratis. Gratis. Ja, gratis. Es geht bei Lenny. Ja, okay, Flur. Alter, Flurs Karre. Die ist nicht unheimlich. Ah, nicht gratis. Ja, 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 ja. Ey, die Wagen ist so scheiße. Ey, ich hab noch nichts gemacht bis jetzt. Wieso fährt du rückwärts? Ich lag vor mir. Flur ist, glaube ich, gratis. Du bist gratis. So. Alter, richtig zu Rappern, die Karre. Benno. Okay. Benno ist gratis. Nein, Benno aus. Nein. Benno ist gratis. Ich bin gar nicht gratis. Ich hab noch mal zu einem. Doch, Benno ist gratis. Benno ist gratis. Benno. Benno ist doch gratis. Benno war gratis. Okay, ich krieg einfach alle Kills. Boah, ich räumt richtig ab. Wer ist denn gratis hier? Ich glaub, der Grün ist gratis. Nein, kann gar nicht sein. Benno ist gratis. Benno ist wirklich gratis. Benno ist echt gratis. Benno ist echt gratis. Benno ist echt gratis. Okay, der halbe Möp fliegt einfach runter. Flo, du weißt schon, dass du einen Kills bekommst, wenn du dabei nicht runterfällst. Nein. Ich krieg die Kills auch, wenn ich runterfliege. Nein. Jetzt. Nein. Ja, erwischt. Aber Lenny, du bist gratis, oder? Was? Äh, nee. Nee, noch nicht. Okay. Also, ich hab keine Türen mehr. Das heißt, bitte nicht in die Seite reinfahren. Und ich hab auch keinen Kopfballroff mehr. Oh, Tü. Und wieder ein Kills für Roffel. Okay. Ich bin gratis. Benno ist gratis. Du bist allein. Benno, geh mal weg da. Danke. Bitte. Benno hat so wenig Kills. Ich wollte ihm einen schenken. Oh, okay. Du tattest. Ja, krass. Aber man drinkt. Ja, ich glaub, Benno ist gleich gratis, ne? Aua. Ich bin gleich gratis. Also, Lenny. Lenny ist gratis. Noch nicht. Aua. Leute, du bist gratis. Lenny ist in unserer Arbeit. Benno hat geile Blinker. Benno hat geile Blinker. Jetzt ist Lenny gratis. Jetzt bin ich echt gratis. Lenny ist gratis. Nein. Nein. Lenny ist auch gratis. Nein. Tschüss. Nein. Okay, brauche ich doch nach Geil. Ich hab zwei. Los, gleich gratis. Ist er doch. Oh nein. Ich wage also drinnen. Also, Flore rasiert gerade ein bisschen. Obwohl, ja, ich weiß, wie das geht. Scheint schon. Ist wie immer. Richtig. Benno ist gratis. Ich bin gratis. Du doch auch. Egal, ich hab ein Kill bekommen. Okay, warum auch immer. Ja, weil du mich runtergeschossen hast. Ja, weil ich dich runtergeschossen habe. Wenn du es nicht mehr gratis hast. Aber du. Aua. Ja, jetzt bin ich gratis. Okay, kaputt. Aber gut. Runter. Nein, nein. Alle runtergefallen. Okay, ich kriege wieder alle Kill. Oh, Lenny hat schon wieder 5000 Kill bekommen. Das geht schon. Warum auch immer. Sind wir alle runtergefallen? Auch für den Benno. So. Ich hab mehr Power. Nein, wenn du das fachst, kriegst du hier nicht. Hast du gar nicht. Ich hab mehr Power. Du hast mehr Grip. Wenn hier einer Grip hat, dann bin ich das jetzt. Oh. Mein Schleif mit Kürer. Alter, Lenny, hast du das gesehen? Ja, boing. Boing. Boing? Ja, boing. Kennst du nicht? Ja, ja. Du bist der Gersteller. Nein, ich bin nicht gratis. Gegen wer von euch ist gratis? Also, ich noch nicht. Alter, wieder rückwärts ab. Doch, wir sind gratis. Nein. Lenny ist gratis. Nein. Ich bin da drauf. Nein, ich dachte, ich bin berühmt. Ah, Flo, komm. Boah, jetzt ist noch was mehr. Benno ist gratis. Flo hat aufgeräumt mit seinem 5-Toll-Karren. Ja. Ja, Benno, ne? Super. Ja, gut. Was ist hier denn nicht los? Jetzt ist es so. Jetzt haben sie wieder miteinander. Ja. Benno, ist es noch nicht gratis? Du bist eher gratis als ich, aber gut. Boah, aber jetzt gratis. Nein, ich bin gratis. Okay, ich war gratis. Wenn du hin, jetzt bin ich gratis. Ah, nein. Tschüss. Okay, ich hatte 0%, ich durfte runterfallen. Nein. Oh, oh, jetzt habe ich scheiße. Nein. Jetzt habe ich scheiße. Kaputt. Okay. Ich habe den Kill bekommen, weil Flo mich in Benno reingeschoben hat. Oh, oh. Warum gehe ich womit eigentlich so leer aus? Alles ist am drehen hier. Aua. Flo, was stehst du da so? Genau. Was stehst du da so? Danke, kaputt. Hoffe. Ja, lol. Ich wollte kein Rollrufen rein, weil der ist heute weg. No, Flo muss auch mal kaputt gehen. War der überhaupt schon mal kaputt? Wer? Ich bin... Flo. Oh, ich bin noch nur zweit, ey. Wir müssen wohl gehen. Lenny ist gleich gratis. Noch nicht. Okay, noch nicht. Wow. Lenny ist... Lenny steht gratis. Flo steht auch gratis. Eins, hab ich gesehen? Ja, hab ich. Als wenn du das überlebt hast. Ich bin irgendwie hochgepackt als Cheater. Oh, sicher. Oh, sicher. Oh, sicher. Oh, sicher. Diebfried. Okay, danke. Oh, guck mal, guck mal. Okay, Benno ist gratis. Benno ist gratis. Nein. Benno ist gratis. Also, Benno war gratis. Ich war auch gratis. Okay, ich bin rumgepackt. Ja, ich will aber in Kette kommen. Oh, oh, aua. 43% Benno. Stabil ist was anderes. Tschüss Benno. Tschüss, Robben. Nein. Oh, Alter. Robben ist gratis. Wer ist gratis? Jetzt nicht mehr. Ich hab 24%. Nein, ist ja alles gut. Nein. Aber ich nicht. Lenny ist gratis. Lenny ist gratis. Nee, Lenny ist noch nicht gratis. Lenny ist doch noch gratis. Okay, danke dafür. Kaputt. Lenny war gratis. Benno, fahr mal. Kaputt. Benno, ich bin gratis. Nein. Benno. Benno, ich bin gratis. Ich brauche 3%, wir haben noch 3% gefehlt. Das gibt's doch nicht. Aua. Okay, mir fehlen wieder sämtliche Reifen. Danke. Endlich findet ihr. Oh Mann, nein. Ich glaube, Lenny ist am gratissten von uns. Also, er ist am billigsten. Weg hier. Lenny ist billig. Okay, Benno und Lenny würfen. Nein. 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 Hab ich noch einen berührt? Nein, ich hab keinen berührt. Okay, ich hab eigentlich jemanden runtergebracht. Was? Leute. Benno ist geschahnt. Und los, weg. Wir sind auf. Stille. Ruffel. Das war das Ding. Du bist direkt vor der Wand und bist zurückgepackt. Das war ewig. Ich hab's gesehen. Halt. Du brauchst dich einfach zu hoch. Aua. Der hat jetzt gelöst. Kann ich mehr fahren? Okay. Aua. Gratis. Lenny ist gratis. Ich hab dich gefreit. Ah, ich hab keinen Glück mehr. Oh, oh. Ah, gratis war's. Gratis. Du hast gratis. Nein. Das kann nicht wahr sein. Kaputt. Lenny ist gratis. Oh. Ja, dann bin ich gratis. Benno, gib mir doch den Kinn. Nein, Spaß. Gib mir selbst den Kinn, wenn ich das könnte. Was hier? Oh, ich steh' auf der Seite. Los, gratis. Nein, Benno. Füllte an ihr nicht aus, Ready. Ja. Los, gratis. Du bist echt gratis. Nein. Aber du auch. Boah, Benno, uns liegen gratis. Geh gleich, also. Boah, alles liegen hoch. Alles liegen hoch. Scheiße. Nein, du nicht. Nein, Benno, kannst du knicken. Nice, los, gratis. Nice. Los, gratis. 97. Oh, oh. Flo, alle hin. Alle fallen im Kreis. Ja. Aua. Scheiße, Benno, ich war gratis. Hab ich also auch gemerkt. Oh, defo ist bohren, kaputt. Tschüss. Gar nichts, okay. Wie ist Lenny gleich geworden? Nein, er hat gleich gewonnen. Halt auf Lenny. Wie Lenny. Höh. 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 Ja, okay. Jawoll. Ich hab keinen Kill bekommen. Was? Nein, ich hab keinen Kill. Wie? Benno, Kreativ, erklärt mir, dass du Profil runterschüppst. Ja. Halt. Hei, Lenny. Kaputt. Nein. 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 Nein, 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 nein. Ja. Ja. Was geht denn jetzt ab? Alter. Kaputt. Oh, Flo und Lenny haben gleich gewonnen, wenn du wirst uns verbinden. Okay, er schießt mir jetzt einen Reifen ab. Die brauch ich noch. Auf der Fall hat die Kill bekommen. Ist ja. Richtig. Aber ich bin noch Zweiter. Was heißt, du bist Zweiter? Du bist mit Lenny gleich auf. Also, irgendeiner von euch ist gratis. 17 oder 17 Kills. Irgendeiner von euch ist gratis. Wenn noch nicht, wir müssen zusammenhalten. Oh, oh. Als ob du einen bekommen hast. Ja. Okay, 18, mich überholt, obwohl ich die ganze Zeit mich voll anstrengen. Aua, der hat gesessen. Allrad Power. Alles klar. Und tschüss. Und tschüss. 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 Weil er einmal Grip hat. Benno, ich bin gratis. Wo bist du? Wer ist gratis? Nein. Benno. Gratis. Robert. Wo bist du? Komm hierhin. Gratis. Nein. Ich bin gratis. Komm hierhin. Nein, Benno. Nicht gratis. Robert, bleib stehen. Nein. Bleib stehen. Nein. Nein. Bleib stehen. Zweimal. Okay, 19. Ich darf kein Kill damit kommen. Nein. Oh. Gratis. Okay, hoffe ich kein Kill. Kaputt. Oh, nichts gemacht. Danke dafür. Danke der Nachfrage. Oha. Was heißt das? Lenny, war gratis. Wie Flo auch. Ich brauch mein Reifen. Warte. Ich brauch mein Reifen. Warte. Runter damit. Benno, Hilfe. Runter damit. Hilfe. Nein. Nein, ich runter mich. Oh, jetzt hab ich 4 bekommen. Ja. Ich hab kein Kill. Okay, Flo hat gewonnen. Lenny, du hast ein bisschen Scheiß gehabt, würde ich sagen. Nice. Äh, ja, was soll ich sagen, ne? Woran hat's gelegen? Oh, nee. Woran's gelegen? Scheiße. Ich hab verknackt, richtig? Benno, wir waren schon ein bisschen kacke gerade, ne? 13, 18. Halt. Ja, nice. Auf jeden Fall in der nächsten Folge noch mehr. Danke fürs Zusehen und, äh, nächstes Mal mit Notz hoffentlich, ne? Ja, wie immer.